Darum kann Ariuse sich nicht entscheiden. Jetzt erklärt er seinen Standpunkt. Bei Ariuseban, bleibt es spannend, vor allem bei Frauenheld Sasa. Er wandelte in den vergangenen Folgen immer wieder mit Vanessa an, konnte aber gleichzeitig die Finger nicht von Carina lassen. Bis jetzt hat sich der Dätowierte noch auf keine der beiden Frauen festlegen können. Promiflash hat bei Sasa nachgefragt, wieso er sich nicht entscheiden kann. Ich bin zu Eito gegangen in der Hoffnung, wirklich eine Frau zu finden, die mich komplett überzeugt. Mit der ich meine Zukunft planen kann, verriet Sasa seine Gedanken gegenüber Promiflash zu der aktuellen Situation. Er wolle aber auch eine Frau haben, bei der er sich sicher sein könne, dass es mit ihr nicht zu eintönig werden würde. Zu dem jetzigen Zeitpunkt habe ich bei beiden Frauen immer nur eine der beiden Sachen gesehen. Versuchte er sich zu erklären. Also wäre wohl eine Mischung zwischen Carina und Vanessa perfekt. In der vergangenen Folge hat Vanessa sich am Pool anstatt eines Bikinis ziemlich transparente Unterwäsche angezogen. Sasa war davon nicht wirklich begeistert. Pack die heißesten Dessous aus, die ihr zu bieten habt. Ausgepackt darf aber nur ich sie sehen, vertrat er seinen Standpunkt. Ausgepackt darf aber nur ein. Ausgepackt